Hoch mit dem Nasdaq, ansonsten eine uneinheitliche Tendenz zum Wochenauftakt. Wir haben ja eigentlich Feiertag, der Anleihemarkt ist zu, der Aktienmarkt ist geöffnet mit Boeing im Fokus. Die Aktie unter Abgabedruck, die Ergebnisse für das dritte Quartal vorgezogen, düster und 17.000 Entlassungen werden gemeldet. Das Risiko einer Kapitalerhöhung bei Boeing wird immer größer. Ansonsten steht der Tech-Sektor mal wieder im Fokus. Wir haben Kommentare zu Apple, die dieses Mal überwiegend Bullish ausfallen, unter anderem von Evercore ISI und von JP Morgan. Seit fünf Wochen geht es kontinuierlich an der Wall Street bergauf, im Dow Jones, im Nasdaq und im S&P. Die ersten neun Monate des Jahres für den S&P, die besten ersten neun Monate seit 1997 und die besten ersten neun Monate eines Präsidentschaftswahljahres seit mindestens 1950. Die Kommentare der Banken am Freitag haben die Rallye mitgetragen. Und zwar betont JP Morgan, dass die guten Ergebnisse eine Reflexion einer weichen Wirtschaftslandung seien. Und Wells Fargo weist auch darauf hin, dass das Umfeld immer noch solide sei. Getragen im Privatkundengeschäft durch den Arbeitsmarkt und durch das Lohnwachstum. Die Banken werden in dieser Woche weiter im Fokus stehen. Wir haben unter anderem am Dienstag die Quartalszahlen der Bank of America, der Citigroup und im Wochenverlauf dann American Express, Discover Financial, Morgan Stanley, Synchrony Financial und PayPal. PayPal übrigens, hier steigt heute das Kursziel bei Mitsuo auf 100 Dollar. Die Ziele hier werden also weiter nach oben geschraubt. Tja, die Berichtssaison wird im Fokus stehen. 41 Unternehmen im S&P 500 werden Ergebnisse melden. Wachstum, das ist der entscheidende Faktor, der die Aktien mit beflügelt. Und vor allen Dingen im Tech-Sektor hängt die Messlatte mittlerweile hoch. Mit einer Ausnahme, was die großen Tech-Werte betrifft, und das sind die Aktien von Apple. Wir hatten in den letzten Wochen immer wieder Medienberichte, dass die iPhone-16-Nachfrage relativ mau angelaufen ist. Bis dieses Mal am Montag haben wir zwei Analysten, die Apple allerdings verteidigen. Evercore ISI betont, dass die Stimmung zu der Aktie mittlerweile so eingetrübt ist, obwohl die Aktie ja eigentlich gar nicht negativ reagiert hat auf die vielen mahnenden Stimmen. Die Erwartungshaltung aber für das abgelaufene Quartal und das anbrechende Quartal, die Erwartungshaltung ist mittlerweile so zurückgelaufen, dass Apple hier liefern dürfte. Also Ergebnisse im Rahmen der Erwartungen dürften ausreichen, um die Aktie weiter anzufachen. Das Kursziel bei Evercore 250 Dollar und auch JP Morgan bleibt bei überdurchschnittlicher Performa. Hier betont man allerdings, dass das Nachfrage-Momentum für die iPhone-16 Pro-Modelle nach den ersten Wochen relativ lau, jetzt aber an Dynamik gewonnen hat. Apple also müsste davon letztendlich profitieren. Ja, ansonsten sind es vor allen Dingen die Aktien von Boeing, die am Montag schwächer in den Tag starten. Einer der Belastungsfaktoren im Dow Jones. Im Grunde kommt es bei Boeing genau so, wie es kommen musste. Der Streik der Maschinisten, 33.000 Maschinisten, dauert seit mittlerweile über vier Wochen an. Jeder Monat kostet das Unternehmen schätzungsweise eine Milliarde Dollar. So, gleichzeitig war klar, dass Boeing zum Schutz der Abstufung oder um eine Abstufung der Bonität zu vermeiden, eine Kapitalerhöhung umsetzen muss. Ja, und das Ganze läuft zunehmend darauf hin. Wir haben am Freitag nach dem Closing die Meldung, dass das Unternehmen im abgelaufenen Quartal fast 10 Dollar pro Aktie verloren hat. Der Umsatz wird auch die Erwartungen des Marktes um eine weite Spanne verfehlen. 17,8 Milliarden und damit knapp 800 Millionen weniger, als man erwartet hatte. Tja, der negative Cashflow, operative Cashflow, 1,3 Milliarden. Hier rechnete man sogar mit 3,2 Milliarden. Also schlecht, aber nicht so katastrophal, wie man gedacht hatte. Die 777X wird erst im Jahr 2026 launchen, jetzt also später als erwartet. Und die 767, das Programm, wird im Jahr 2027 eingestellt. 10 Prozent der Belegschaft, 17.000 Mitarbeiter müssen gehen. Ein Warnschuss natürlich auch für die Gewerkschaft, dass die Lage bei Boeing schwierig ist. JP Morgan stuft die Aktie nun schon seit geraumer Zeit als überdurchschnittlicher Performer ein und liegt damit natürlich vollends falsch. Das Kursziel hier wird heute reduziert von 235 auf 195. Aber das wäre immer noch gigantisch, wenn man bedenkt, die Aktie ist bei etwa 146. Die Aktie wird immer noch als Übergewichten eingestuft. Interessant in der Analyse von JP Morgan ist vor allen Dingen die Aussage, dass im ersten Halbjahr des nächsten Jahres 4 Milliarden Dollar an Verbindlichkeiten fällig werden. Schulden, die refinanziert werden müssen. Und das Unternehmen dürfte im nächsten Jahr, auch im ersten Halbjahr zumindest, Cash burn sehen. Also man wird weiterhin Geld verbrennen. Bedeutet also, eine Kapitalerhöhung wird wohl kommen müssen. JP Morgan schätzt 15 Milliarden Dollar. Bei Wells Fargo, hier lag man richtig schon seit geraumer Zeit. Die Aktie wird weiterhin mit Verkaufen eingestuft. Das Kursziel bei nur 109 Dollar. Auch hier heißt es, dass einerseits, was Cash betrifft in der Bilanz, das sei 2 bis 3 Milliarden höher ausgefallen als erwartet. Aber letztendlich wird eine Kapitalerhöhung im vierten Quartal wahrscheinlich unumdingbar sein. Der große Haken natürlich. So eine große Kapitalerhöhung bei so einem niedrigen Aktienkurs. Das wird zu einer massiven Verwässerung der bestehenden Aktionäre führen. So, jetzt möchte ich ganz kurz noch einen generellen Überblick geben über die Analystenkommentare. Wir haben heute Morgen Caterpillar. Morgan Stanley stuft die Aktie mit Verkaufen ein. Das Kursziel sinkt auf 332 Dollar. Man befürchtet, dass die Kunden ihre Lagerbestände abbauen werden, korrigieren müssen. Das wird das Wachstum bei Caterpillar einbremsen. JP Morgan sieht es anders. Hier wird das Kursziel sogar auf 500 Dollar angehoben. Mal so weiter auseinander könnten diese beiden großen Häuser letztendlich also nicht liegen. Ansonsten sehen wir vereinzelt, dass sich der Wahlkampf am Aktienmarkt bemerkbar macht. Man sieht es vor allen Dingen daran, dass in der letzten Woche der Russell 2000 für Nebenwerte besonders gut gelaufen ist. Weil 40 Prozent dieser Werte sind nicht profitabel, bedeutet Zinssenkungen, spielen diesen Unternehmen in die Karten. Punkt 1. Und der zweite Faktor, die Wahrscheinlichkeit, dass Donald Trump die Wahl für sich entscheiden wird, ist in der letzten Woche deutlich gestiegen. Um genau zu sagen, eigentlich schon seit dem 9. Oktober. Hier sehen wir mal die Schätzungen von Predictist. Das ist der Wettmarkt. Also wie stehen die Wahrscheinlichkeiten? Trump 54 Prozent. Harris 49 Prozent. Others 1 Prozent. Also Donald Trump liegt hier im Vorteil. Auch wenn man sich die aktuelle Umfrage von NBC News anschaut, liegt Trump und Harris hier mittlerweile Kopf an Kopf. In anderen Worten, nichts Genaues weiß man nicht. Aber die Wettmärkte sehen Donald Trump im Vorteil. Bedeutet, wie heute auch der ehemalige Außenminister Leithäuser betont, oder Handelsvertreter vielmehr, dass Einfuhrzölle relativ zügig in der Phase Trump angehoben werden. Das betrifft dann China insbesondere, aber unter anderem auch möglicherweise die EU. Also höhere Einfuhrzölle. Bedeutet also letztendlich, dass der Binnenmarktunternehmen, die sich vor allen Dingen auf die USA fokussieren, profitieren. Der Russell 2000 also hat hier die Gewinnerliste mit angeführt. Denn eigentlich sind Einfuhrzölle natürlich auch eine versteckte Strafsteuer und quasi die carte blanche für amerikanische Unternehmen auf dem Binnenmarkt, die Preise anheben zu können. Das ist übrigens auch das Fazit, das wir heute Morgen in den Medien lesen, unter anderem im Wall Street Journal. Volkswirte warnen, dass Inflation und Defizite unter Trump höher ausfallen werden als unter Harris. Trump kann Einfuhrzölle sehr leicht im Alleingang umsetzen. Harris muss Steueranhebungen wiederum genehmigen lassen. Und wenn eins sehr wahrscheinlich ist, ist, dass die Republikaner die Mehrheit im Repräsentantenhaus behalten werden. Das wird also, sollte Harris gewinnen, ein ziemlich schwieriger Kampf für sie werden. Und rein rhetorisch betrachtet ist Donald Trump hier natürlich im Wahlkampf besser aufgestellt. Harris spricht von Steueranhebungen, einer Reichensteuer, einer Anhebung der Besteuerung von Aktienrückkäufen, eine Anhebung der Besteuerung von Unternehmen. Ja, und in den USA mit Steueranhebungen ins Rennen zu gehen, in den Wahlkampf, das ist schwierig. Und was jetzt die Einwanderung betrifft in Sachen Immigration, hat Donald Trump nach außen natürlich einen wesentlich starkeren Auftritt als Kamala Harris. Und Biden hat in den ersten drei Jahren seiner Amtszeit die illegale Einwanderung nicht eingefangen. Das wird der Administration nun vorgeworfen. Trump also liegt entsprechend mittlerweile vor Harris. Es bleibt ein sehr enger Wahlkampf, wie gesagt, die Wall Street preist zunehmend einen möglichen Wahlsieg von Trump ein. So, jetzt wünsche ich euch einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und ciao. Tschüss. 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 Vielen Dank.